Im 78er Jahr gab es dann auf einmal einen Typen, der bei den Konzerten da war. Sie filmen? Sie laufen schon? Haben mir die Anleitung durchgelesen und hab dann einfach gefilmt. Wie der Kurtl. So unveröffentlichte Sachen, die man gar nicht kennt, die der Videokurtl dokumentiert hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017